Es ist offen, humanistisch, bietet Menschen Schutz und keine Ehre und wir müssen diesen Leuten so schnell wie möglich und ganz ruhig den Spaß danach austreiben. Kein Millimeter nach rechts, keine einzige Millimeter nach rechts oder von Sohn oder von Sohn. Und wer hier denkt einer nach, Freunde? Dass mir hier ja keiner auf den Gedanken kommt, in Frage zu stellen, was ich hier sage. Ist das klar? Wir diktieren hier die Gesellschaft, um was anderes zu denken und zu meinen haben. Warum stehst du rechts von mir? Wir sind hier die Humanisten, Mann. Wir sind besser, überlegender und guter. Und jetzt will klüger auch noch. Und wenn die Geschichte eins beweist, meine Freunde, dann dass jene, die von sich behauptet haben, in guter Absicht zu handeln, immer nur Gutes hervorgebracht haben. Die Guten sind immer die, die wissen, dass die anderen die Schlechten sind. Auf geht's! Was ich sag, ist richtig. Was ich sag, ist gut. Alles andere ist und wichtig. Nach der Ebbe kommt die Flut. Und folgt die Flut. Folgt danach das Blut. Aber wir sind richtig. Denn wir alle sind gut.